Gucken wir mal, ob hier unten noch irgendwas ist. Ne, so rum. Das ist da. Das ist jetzt die Frage. Ist das was? Ja. Ja, das Schneeglühwürmchen. Hm. Okay, wir dürfen ja auch nichts benutzen, das heißt... Tja. Schreibe ich mir auch mal auf. Ei unter Brutstätte. So. So viel aufschreiben heute, ne? Uiuiuiuiui. Knappe. Aber das hier mit dem Flügel-Dings, das finde ich schon sehr cool. So, jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Ich gehe jetzt nochmal hoch zu der Madame hier, also zu der anderen Dame. Moment. Hm. Hm, 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 hm. Ach. Das ist ne Falle gewesen, er hätte ja drauf kommen können. Aber wenn du den Feuerhammer hast... Oh, bla bla bla, Feuerhammer werden wir wahrscheinlich kriegen, wenn wir das Feuerschwein besiegen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal so alles soweit abgehandelt. Was wir so konnten. Abgesehen davon, da hinten hinzukommen. Ich weiß nicht. So. Dann... Gehen wir jetzt wieder in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ich kann die Musik noch nicht. Ich hab die noch nicht so oft gehört. So. Und weh, du fängst jetzt an zu schwitzen. Okay, das ist so gut für dich, rumzulaufen. Das ist schön. Weil diesen... Moment, Moment, Moment. Okay, wir dürfen nicht nur mal rumhauen. Das ist schade. Dann können wir jetzt an den einen Überraschungsklumpen drankommen. Da hab ich mich ja gefragt, wie ich da drankommen soll. Aha. Das hat ja... Ich hab gedacht, dass man mit normalen Flugdings hinkommt. Aber das ging nicht. Aber wir müssen ja sowieso jetzt so... ...in die Richtung. Und die grüne Kiste können wir auch aufmachen. Ey, guck mal einer an hier. Da ist ja der Wahnsinn. Wo komme ich hier hin? Nürgends wo hin. Ah, und damit können wir auch wahrscheinlich... Ah. Die Sachen holen. Oh, hallo. Ach, guck mal hier. Guck mal einer, guck. Ah, jetzt ist die Musik wieder so komisch. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach genau, ich wollte hier noch unten. Da war ja was. Moment. Habe ich noch heißes Wasser? Ups. Ja, hab ich noch. Moment. 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 Ne. Ja, das war doof von mir. So. So. In deinem Zustand. Warum nicht? Ja. Tja, jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt häng ich tatsächlich fest, glaube ich. Was mit dir? Hat er sich jetzt schon was getan? Klar, aber noch Bahnführer, nicht mit der Kumpel. Wahrscheinlich ist verletzt. Er liegt in der Stadt zum großen Schuppen. In der Stadt. Ich muss wahrscheinlich nochmal zurück in die Stadt. Aber ich werde mich jetzt hier erstmal umziehen wieder. Ich habe schöne Flughornchen und Fixie-Hose. Fixe. Ich sage mal Fixie. Ich weiß auch nicht warum. Bergpirsich. Oh. Ein Moment. Es war leider nur die Post. Jetzt muss ich mir hier die Zeit mal aufschreiben. Eine Stunde, acht Minuten und zwölf Sekunden. Weil ich habe eigentlich gehofft, dass das Hermes ist. Weil ich habe nämlich was bestellt, was gestern schon gekommen wäre, wenn jemand zu Hause gewesen wäre. Äh, da gut. Äh, da gut. Hunderttausend, die haben wir aber. Was ist das? Was ist das denn? Ah, mein Gott. Was ist das? Was haben wir hier gerade bekommen? Können wir damit jetzt... da runter? Da runter? Ne. Was meinen die denn mit in meinem Zustand? Verstehe ich nicht so ganz. Was ist das denn mit in meinem Zustand falsch? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück in die Stadt, weil ich weiß jetzt nicht... Ach, guck mal, noch eine grüne Kiste. Da ist noch eine rote Kiste. Ich scheiße mal auf die rote Kiste, da kommen wir bestimmt noch mal irgendwann vorbei. Ach, ja. So. Tja. Da war ja was mit Legierungskram. Es gibt Wesen, die ihren Körperzustand jederzeit ändern können. Sowas komisches würde ich auch gerne können. Na, vielleicht hat das damit was zu tun. Die Möwen in der Stadt der Fischer bekommen ihre Farben als Küken. Das ist schön zu wissen. Großer Schuppen. Da war doch was. Ah, das ist doch krank. Ja, ich hab gehört, dass ihr die Klappe beseitigt habt. Aber ich hab einen Auftrag für euch. Ich muss an der Haltestelle bei den Rohren einsteigen, um Zement einzuladen. Aber man muss schnell und geschickt sein. Und ich schaffe es nie. Willst du nicht für mich Bahn fahren? Wenn du das hier dem Mann an der Haltestelle zeigst, ist alles klar. Bahnfahrkarte erhalten. Super. Die müssen ja schon wieder zurück, ey. Bah. An den Gleisen befinden sich die Stärkesamen des seligen Priesters. Stärkesamen des seligen Priesters. So, so. Vielleicht erwischt er ja welche. Ich schaffe es nie. So, haben wir hier noch irgendwas? Noch irgendjemand, der was von uns will? Der Fischer, den wir trafen, war stolz auf seinen auf seine Nixenschuppe. Ach stimmt, wir haben ja Ton. War ja was. Wow, klasse. T-O-N Ton. Das, das ist es. Ich brauche, das brauche ich. Los geht's. Dauert nicht lang. Oh, super. Fertig. Ich bin selbst überrascht, wie schnell ich war. Danke, danke euch. Konnte ich endlich wieder Kunst schaffen. Nehmt zum Dank diesen Topf. Mir genügt es, dass ich Kunst schaffen durfte. Meistertopfer halten. Dann möchte ich jetzt gerne dem Typen, dem wir das Ding zerbrochen haben. Der war doch hier gegenüber in dem Haus, oder nicht? Ja. Mein Topf! Mein Topf! Ich... Ist es wirklich ein Meistertopf? Ich dachte, meiner wäre der letzte gewesen. Der... Der ist für mich? Von euch für mich? Vielen Dank! Ich werde ihn gut hüten. Ha! Super. Hallo? Ich weiß! Könnt ihr das Mut mit... Äh... Das Mut mit... Das... Das Mutlied! Moment! Das schreibe ich mir auf. Einen Moment! Ich brauche nur einen Zettel, weil das wird lang. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich werde das vorspulen. So. Ich habe es aufgemalt. Vielleicht brauchen wir das irgendwann noch. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Klingt ein bisschen wie... Eine Beschwörung! So hat er vorher gesprochen. Aber auch irgendwie... Mal fertig. Aber vielleicht... Hilft es euch ja. Einen halben Mut-Zauber gelernt. Mhm. Okay. Ich glaube, wir brauchen das dann doch nicht. Aber ich... Wer weiß? Who knows? Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.